Hallo, Ritter Eisenbart. Hast du das auch gehört? Hallo, Prinzessin Pimpinella. Was meinst du? Als ich gestern schlafen wollte, hörte ich, wie die Leute geklatscht haben und Bravo riefen. Kannst du mir sagen, was da los war? Ja, sie wollten sich bedanken. Bedanken? Wofür denn? Es wurde für die Leute geklatscht, die trotz Corona arbeiten müssen, denn für sie ist die Gefahr besonders groß, sich anzustecken. Wer muss denn arbeiten? Na, die im Krankenhaus, die bei der Polizei und der Feuerwehr, bei der Post und im Paketdienst und vor allem aber, die in den Lebensmittelläden arbeiten. Oh, das finde ich toll. Ich möchte auch was tun und mich bedanken. Ich habe da auch schon eine tolle Idee. Dabei muss mir aber jemand helfen. Wie wäre es mit dir, Ritter Eisenbart? Ach, nö, 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 nö. Ich habe keine Lust. Nö, 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 nö. Der hat es aber eilig gehabt. Na, dann rufe ich eben mal den Kasper. Halli, hallo, mich beißt ein Floh in den Popo. Ich bin so froh. Hallo, Prinzessin. Hallo, Kasper. Du, ich will was ganz Tolles machen. Ja, was denn? Willst du etwa Purzelbaum schlagen? Da mache ich mit. Nein, ich brauche ein paar Schilder. Hä? Schilder? Wofür das denn? Etwa Verkehrsschilder? Willst du Verkehrspolizei spielen? Das sage ich dir später. Ach, was du schon wieder vorhast. Aber ich habe da noch ein paar Schilder im Keller. Die kannst du haben. Ich hole sie mal. Bis gleich. Bis gleich. Und ich werde dem König mal erzählen, was für eine tolle Idee ich habe. Oh Mann, ich bin so müde. Hab die ganze Nacht rumgegeistert. Och, und die Leute musste ich doch erschrecken. Jetzt freue ich mich schon auf meine Schlaftruhe. So, Prinzessin. Schau mal. Da sind Schilder. Kannst du die gebrauchen? Die sind ja toll. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, was wir da draufschreiben. Sag mal, hast du auch noch einen Malstift? Was denn noch alles? Also einen Stahlmüft? Äh, Malstift? Na gut, den habe ich auch noch. So. Dann werde ich die Schilder mir ein bisschen beiseite stellen. Oh, die sehen ja richtig toll aus. Oh, was war denn das? Hm, keiner zu sehen. Oh, sind die schön, die Schilder. Oh, Hilfe. Das ist ja richtig unheimlich. Hoffentlich kommt der Kasper bald. So, da bin ich wieder, Prinzessin. Und hier hast du deinen Stahlmüft, äh, Malstift. Ja, du Kasper, da war etwas. Ich glaube, das kam aus der Truhe. Wirklich? Warte mal, das haben wir gleich. Hallo, du da. Wer ist da? Komm raus, du Popelnase. Oh, Mann, ich will schlafen. Und ihr stört mich dabei. Ach, du bist es, Hugo. Hör mal, wir stören nicht, sondern wir, äh, ja, Prinzessin, was machen wir denn eigentlich? Also, Hugo, wir wollen uns bei den Menschen bedanken und Kasper, die jetzt arbeiten. Und dazu wollen wir etwas auf die Schilder schreiben. Hugo, willst du auch mitmachen? Oh, ja, toll. Ich will nämlich auch mal was Gutes tun und nicht immer die Leute ärgern. Hast du vielleicht eine Idee, Hugo, was wir auf die Schilder schreiben können? Na, warte mal. Ja, na, ist doch logisch, was wir schreiben können. Na, Hugo, dann komm doch mal raus. Und wir gehen mal alle in das Zimmer von der Prinzessin und dann können wir die Schilder ja beschreiben. Och, keiner da. Wollte doch der Prinzessin sagen, dass ich auch noch mithelfen möchte. Na, ich geh sie mal suchen. Bestimmt ist sie auf ihrem Zimmer. Wo bleibt ihr denn? Kommt doch mal. Stellt euch mal alle auf. Oh, schön, Ritter, dass du doch noch gekommen bist, um zu helfen. Das mache ich doch gerne, Prinzessin. So, ach, ihr beiden steht aber falsch. Stellt euch mal richtig hin. So ist besser. Und jetzt lest mal vor, was auf euren Schildern steht. Prinzessin, fang mal an. Ihr seid unsere Helden. Und jetzt alle zusammen. Ihr seid unsere Helden. So, und wir? Wir bleiben zu Hause. Tschüssi, Kowski. Stück 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 Untertitelung des ZDF, 2020